Wir sind gegen Hass und Hetze. Als SK Rapid wollen wir ein klares Zeichen setzen. Gegen Extremismus. Und für eine vielfältige und offene Gesellschaft. In der Hass und Hetze keinen Platz haben. Wir sind bei den Aktionswochen 2022 mit dabei. Bei unserem Heimspiel am Mittwoch gegen Hartwerk zeigen wir Haltung für einen vielfältigen Fußball. Jeder Mensch ist verschieden. Aber am rechten Gleich. Deshalb sagen wir im Namen des SK Rapid Ja zur Vielfalt. Vielen Hass und Hetze. Für eine vielfältige und offene Fußballkultur. Danke. Danke.